Hi Leute, heute möchte ich mit euch eine Make-up-Marke testen und zwar heißt sie Suku. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Es ist eine japanische Marke, also japanisches Make-up. Fragt mich nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß es selber nicht mehr, aber es war 100% nicht Instagram und auch nicht YouTube. Ich weiß nicht, ob ich es in der Zeitschrift gesehen habe oder durch Surfen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das mein Interesse geweckt und als wir dann mit Dior in Shanghai waren, dachte ich mir, wenn ich in so ein Luxuskaufhaus gehe, dann kann ich das kaufen. Weil online hätte ich es über Selfridge bestellen können, also aus England. Dann dachte ich, naja, guckst du mal in China, aber die hatten das nicht. Und naja, jetzt habe ich alles bestellt bei Selfridge. Das Paket ist angekommen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hochpreisig. Also sehr hochpreisig. Und die Sache ist, als ich bestellen wollte, die Foundation, die ich wollte, liefern sie nicht nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob da irgendein Inhaltsstoff drin ist, der hier nicht gestattet ist. I don't know. Auf jeden Fall war Jolina, Jolina Mennen, mein Engel, mein Hilfsengel. Weil sie war in England. Ich habe sie gefragt, ob sie mir das mitbringen kann. Selbstverständlich. Sie hat es mir auch zugeschickt. Ich bin vorbereitet. Das Packaging ist super schlicht. Also ich persönlich finde es mega cool, muss ich sagen. Das ist so absolut mein Geschmack. Kein Schnickschnack. Einfach ganz schlicht. Also ich fange mit dem Primer an. Und zwar mit dem Suku Treatment Primer. Hat einen Lichtschutzfaktor von 20 und hat 30 Gramm Inhalt. Das ist die Flasche. Die hat so einen Perlmutt-Effekt. Ganz cool. Es steht alles auf Japanisch drin. Deswegen brauche ich es erst gar nicht vorlesen. Also der Primer ist recht flüssig. So ein bisschen rosa, würde ich sagen. Ganz interessant. Hier ist der Treatment Primer. Macht der weiß? Oder bin ich gerade okay? Also ich muss sagen, es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Primer. Sondern eher wie so eine Hautpflege. Was ich persönlich gut finde. Oft ist es so, dass viele Primer sich so silikonig anfühlen. Da habe ich immer gleich das Gefühl von meiner Haut ist so schmutzig. Ich habe immer das Bedürfnis danach, mir das Gesicht zu waschen. Ich weiß nicht warum. Und das fühlt sich jetzt echt an wie so eine Lotion. Zieht sehr schnell ein. Meine Haut ist nur ganz leicht klebrig. Ich könnte mir vorstellen, das auch nur als Pflege zu tragen. Da drin sind vier feuchtigkeitsspendende Öle. Das ist so wie ein Serum. Und gibt der Haut so einen leuchtenden Effekt. Mit einem durchsichtigen Peony Pink. Ich habe ja gesagt, es hat so einen leichten pinken Touch. Und hilft eben erwachsene Haut so ein bisschen zu strahlen. Also ich finde, das macht wirklich einen tollen Effekt. Es leuchtet aber nicht so extrem wie manch andere Brightening Primer. Und dann mache ich auch direkt weiter mit der Foundation. Und zwar ist es die Suku Extra Rich Glow Foundation. Also Cream Foundation. Da schaut das Packaging so aus. Konumpt in so einem Glastiegel. Und dieses Glas schimmert Gold. Also da sind so Goldreflexe drin. Also dieses Glas, nicht die Foundation selber. Hier kommt noch so ein Spatel. Das ist die Foundation. Ich habe Jolina gesagt, weil, also die Farben waren extrem kompliziert irgendwie rauszusuchen. Vieles war online auch ausverkauft. Deswegen habe ich Jolina gesagt, du kennst ja in etwa meine Hautfarbe. Hol das hellste mit einem neutralen Unterton. Und das war jetzt die 101. Ich werde mir jetzt mal hier so ein bisschen vom Deckel abnehmen. Das ist natürlich schon so eine kleine Sauerei mit so einem Tiegel. Wow. Das wirkt ja extrem deckend. Das riecht wirklich nach gar nichts. Nach gar nichts, gar nichts. Ich weiß noch nicht, womit ich das einarbeiten will. Also es fühlt sich beim Verblenden recht kühl auf der Haut an. Es ist ein bisschen fester. Also man muss das schon so in die Haut einarbeiten, finde ich. Jetzt gefällt die Farbe mir gut. Deckt meine Rötungen schön ab, aber es sieht immer noch voll so, voll gut aus. Ja, es ist echt kühl. Es fühlt sich so nasskalt an. Das ist übrigens mein allererstes Mal, dass ich so japanisches Make-up benutze. Also, das sieht schon mal extrem gut aus. Oh ja. Wow. Ich muss sagen, seit langem einer der besten Foundations. Also so, wie die auf meiner Haut sitzt, hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist ja mal krass, ey. Das sieht aus wie meine Haut, nur gesund. Die gesunde Version von meiner Haut. Ich glaube, das war zu viel. Das hat jetzt mit dem Pinsel so gut schon geklappt, dass ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwie noch mit dem Schwamm rüber zu gehen, was ich sonst immer habe. Das ist ja mal krasser Scheiß hier. Und ich heule jetzt schon, weil die die halt nicht nach Deutschland liefern. Das heißt, moddern muss nach London. Ich sag nicht nein. Einfach mal, um Foundation zu shoppen. Ich raste aus. I'm ready. Ready to shop some Foundation. Wow. Wow. Ich raste aus. Ey, ich will nichts sagen, ne? Ich glaube, das ist die bestsitzendste Foundation meiner ganzen fucking Kollektion. Können wir mal darüber sprechen, wie toll sie meine Rötungen abgedeckt hat? Das ist krass. Das ist ja mal krass. Also ich bin gerade wirklich wahnsinnig begeistert. Man braucht nur ganz wenig. Also das, was ich vom Deckel abgekratzt habe, ist schon die größte Verschwendung ever. Gott, ich muss nach London. Meine Mut war eben, als ich das Video anfing, so ein bisschen... Und jetzt bin ich so... Total aufgeregt. Das ist so krass. Das ist krass, oder? Ich bin überzeugt. Absolut überzeugt. Und wenn jetzt die anderen Produkte auch noch so gut sind, Schwestern. Ich habe einen Concealer bestellt, und zwar der Succo Radiant Cream Concealer. Und zwar habe ich ihn in der Farbe N01. Und auch da konnte ich nur so raten. Wie gesagt, auch die Farbbeschreibung bei Selfridge selber ist auch nicht so gut. So schaut der Concealer aus. Also die Verpackung auch sehr luxuriös, super schlicht. Also absolut meine Traumvorstellung von Verpackung. Kommt mit so einem Synthetikpinsel. Das heißt, man muss drehen. Also Drehconcealern, also Concealerpens, habe ich das Gefühl, ist man schneller durch. Ähm, hier wären jetzt vier Gramm drin. Und in so einem L'Oreal Concealer werden jetzt zum Beispiel 6,8 Gramm. Also die Farbe ist so peachy, würde ich sagen. Jetzt bin ich gerne noch ein bisschen gelblicher gewöhnt. Aber auch die wirkt erstmal so voll krass deckend. Nicht so nasskühl wie die Foundation. Das fühlt sich jetzt an wie so ein, ja, so ein normaler creamy Concealer. Koncealer. Krass. Einfach krass. Einfach krass. Was ist das? Was ist da drin, Alter? Was ist da drin, was wir hier nicht haben? Ich habe mir nur, dass die es hier herschicken. Gut, den Concealer haben sie ja verschickt. Nur die Foundation nicht, aber... Ciao. Wow, ich würde nie wieder was anderes tragen. Ich kann meinen Channel zumachen, Alter. Ich habe das perfekte Produkt nach sexy angewunden. Ich frage mich nach diesem Video, wie viele Marken bestellen sich das und werden nach forschen, was da drin ist. Einfach heftig. Das Gefühl auf der Haut ist, als hätte ich gar nichts drauf. Ich könnte gefühlt jetzt einfach so machen. Will ich nicht, damit es nicht kaputt geht. Also, bis jetzt alle drei Produkte. War holy grey ever. Ich habe natürlich auch ein Puder bestellt. Und da haben sie ein paar Variationen. Aber eins hat mich natürlich sehr angesprochen. Und zwar ist es das Suku Oil Rich Glow Loose Powder. Das ist wohl perfekt für Leute mit trockener Haut. Und da sind bei mir natürlich alle Alarmglocken los. Hier das Oil Rich Powder. Rich in Beauty Oils for a radiant look. It creates a moist, dewy, glowing finish. Das ist ja das, was ich liebe, wenn meine Puder nicht so todesmatt sind. Das ist natürlich perfekt für Leute mit öliger Haut. Aber für mich mit trockener Haut, die aber trotzdem das Make-up setten muss, weil es sonst nicht hält. Ich liebe Puder, die eben Feuchtigkeit spenden und so ein bisschen Glow drin haben. Wisst ihr, nicht so ein Highlighter-Puder, sondern so ein Glow wie das Lamea-Puder, das Translucent-Puder von Tom Ford, Bobby Brown hat sowas. Also die Marken haben schon solche Produkte, aber ich bin sehr gespannt auf das hier. Das ist ein recht großer Tiegel. Und hier sind 15 Gramm drin. Wenn ihr mal daran denkt, das Lamea-Puder hat nur 8 Gramm. Also wir haben hier auf jeden Fall mehr Produkt. Kommt mit so einem Powder-Puff. Es steht alles auf Japanisch. Vielleicht kann uns jemand helfen. Auch da gefällt es auch schon raus. So like that. Ich sehe hier schon Schimmer drin. Könnt ihr diese Fläche sehen? Da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Bis jetzt sind alle Produkte tatsächlich komplett geruchslos. Aber es gibt viele Produkte, die haben keinen Geruch. Aber die riechen nach sehr schweren Öl. Aber nicht so gesunde Öle, sondern so komische industrielle Öle. Die haben so einen krassen Eigengeruch. Damit kann ich leben. Aber ich habe das Gefühl, die Produkte riechen nach gar nichts. Nach Luft. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. So schaut das Puder aus. Auch das wirkt recht dunkel. Ich hoffe, dass es jetzt mein Concealer nicht so einfärbt. Also ich habe jetzt so einen fluffigen kleinen Pinsel genommen. Damit sette ich immer gerne. Dann klopfe ich das so in meine Haut ein. Ich sehe die Perlen da drin. Also es ist auf jeden Fall schimmernd. Ich glaube, ich muss für einen Monat nach Japan oder so. Ich habe das Gefühl, ich verpasse da die wirklichen Beauty-Trends. Das ist was wirklich Gutes. Also meine Haut fühlt sich sehr samtig an. Aber nicht so todes matt. Matt, aber nicht so krass matt. Porzellanhaut. Kann es nicht anders sagen. Das Puder ist so geil. Guck mal, ich habe gesettet. Und trotzdem habe ich Bewegung im Gesicht. So als hätte ich gar nicht gesettet. Also wirklich perfekt für Leute mit trockener Haut. Oh yeah. Also es gab keinen Bronzer. Ich weiß nicht, ob der einfach ausverkauft war. Oder ob die keinen Bronzer haben. Aber die haben einen Blush. Vielleicht ist das auch gar nicht der Look von denen. Die Fliege, die hier rumfliegt, heißt übrigens Hurensohn. Falls ihr es wissen wollt. Die treibt mich schon seit einer Woche in den Wahnsinn. Obwohl ich alle Fenster aufreiße. Sie geht halt nicht. Ja. Und wenn ich esse, sitzt sie auf meinem Teller und macht sich so die Fühler sauber. So ganz demonstrativ. Bitch. Ich wohne hier. Und du bist mein Angestellter. Also die Rollen haben sich hier auf jeden Fall getauscht. Ich werde ein bisschen von meinem Bronzer auftragen. Mache ich weiter mit dem Agro Brown Size. Suku Balancing Eyebrow. Also recht große Verpackung. Da habe ich die Farbe 02 Brown genommen. Ich glaube, da gab es auch nicht viele Farben. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt überhaupt die richtige Farbe ist. Kommt mit so einem Samtsäckchen. Und das ist das Packaging. Kommt mit einem Spiegel. Und hier sind drei Farben drin. Interessant. Und noch zwei so Pinsel. Ich werde natürlich mal die dunkelste Farbe aus der Palette nehmen. Das ist die Farbe hier in dem Mittel. Also das Puder ist nicht schlecht. Ich finde, es gibt die perfekte Farbe ab. Man kann es schön aufbauen und auch gut verblenden. Also es ist ein gutes Augenbrauenpuder. Es ist allerdings recht warm. Also es ist nicht ganz warm, aber es ist warm. Die Frage stellt sich für mich hier, muss ich das jetzt unbedingt von dieser Brand haben? Also bei Augenbrauenpuder bin ich jetzt nicht so wählerisch, wenn ich die richtige Farbe habe, muss ich sagen. Ich würde das weiterhin benutzen. Ob ich es mir nachbestellen würde, weiß ich nicht. Also ich glaube, das wäre es mir nicht wert. Aber nicht, weil das Produkt schlecht ist, sondern ich weiß nicht. Ich habe auch Produkte, die ich ganz easy hier bekomme. Genau. Wie gesagt, es ist ein gutes Augenbrauenpuder. Ich würde es auch aufbrauchen, aber ich würde es mir nicht nochmal nachbestellen. Cool. Okay. Ich habe mir noch einen Blush Brush bestellt, weil der sah ziemlich fehlversprechend aus. Muss man jetzt nicht. Ich teste ihn jetzt trotzdem so ein bisschen für euch mit aus. Okay. Das ist der Blush Brush. So. Ich habe mir natürlich auch einen Blush bestellt. Und zwar der Pure Color Blush. In der Farbe 01. Tsubomizaki. So schaut das Packaging aus. Die Hinterseite ist gold. Das ist hier vorne schwarz. Kommt natürlich auch mit einem Spiegel und mit einem Pinsel. Und das ist der Blush. Der erinnert mich so an diese Ombre Blushs von... Wer hatte die? Nix hatte die. Wisst ihr noch? Gehe so ein bisschen in alle Farben rein. Es kommt auch gut Produkt auf den Pinsel. Und auch dieser ist nicht matt. Also der hat leicht Schimmer. Süß. Wirklich süß. Krass. Voll gut. Ich glaube, ich muss echt nach Japan. Was mache ich hier noch? Toll. Wirklich gefällt mir. Richtig, richtig, richtig gut. Es sieht alles so frisch und gesund aus. Ich bin hin und fucking weg. Das war meine Ansage. Das war meine Ansage. Selbstverständlich durfte auch eine Lidschattenpalette mit. Und zwar ist es die Succa Designing Color Eye. Ich habe die Farbe 12. Ich habe die Farbe 12. Ich lasse es einfach. Da haben mir die Farben so gut gefallen. Ich dachte, das ist jetzt perfekt für das, was auf uns zukommt, nämlich der Sommer. Das sind die Farben. Geil, oder? Und könnt ihr das sehen? Dieses Succo, dieses Gelb oder Gold in diesem Aubergine Ton ist Farbe. Man kann das anfassen. Oh Gott, ich habe es schon kaputt gemacht. Wie tragic. So, ich swatche euch hier einmal. Oh, super weich. Oh. Hallo? Das sind die Farben. Crash, boom, bang. Hammer, ich raste aus. So, das ist die Lidschattenpalette. Und dann habe ich mir noch bestellt das Glow Touch Eyes in der Farbe 02. Und das ist auch mal Packaging Gold des Todes. Diese schwarze Kappe, dann Succo eingraviert. Dann dieser goldene Ring. Hier ist das Glänzen und wird dann zum Milchglas. Ist das nicht genial? Ich raste aus. Und das ist so ein Gold. Das ist ein bisschen streifig. Aber damit kann ich leben. Es ist nicht so krass. Ich glaube, wenn es eine dunkle Farbe gewesen wäre, dann hätte man gucken müssen. Aber so mit Gold geht das auf jeden Fall klar. Ich weiß nicht, ob das so ein Liquid Ding ist. Gucken wir mal. Wow, ich weiß gar nicht, was ich schminken soll. So viele tolle Farben. Keine Ahnung. So, ich fange mal mit diesem braunen Ton hier an. Also das ist einmal rein, abklopfen. Das ist die erste Farbe. Fällt mir schon mal gut. Also das braunen ist verdammt gut pigmentiert. Ich habe mir gerade ein bisschen zu viel genommen. Jetzt muss ich gucken, wie ich es rette. Und das braunen lässt sich auch gut ausblenden. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen... Also es ist mega gut pigmentiert. Man muss halt mit einer leichten Hand rein. Am besten so leicht. Dann immer ein bisschen ausblenden. Leicht rein. Und wieder hohes Blenden. Wie krass da auch ist. So, was ich jetzt mache ist... Ich werde es mal ausprobieren. Diesen türkisen Lidschatten hier nehmen. Oder so ist es auch so geil. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Sag mal so, modern is happy. Ich hatte schon so lange... Also seit langem nicht mehr so eine Freude mit Make-up. Also das Gold ist getrocknet. Aber es ist so gelig irgendwie. Ganz komisch. Es geht auch ab. Also es trocknet nicht ganz runter. Ich habe meinen Pinsel kurz nochmal angesprüht. Wenn man jetzt noch so einen wet-look bekommt. Ciao. Einfach. Wie geil ist das bitte? Einfach geil. Okay. Damit wir noch die unteren Farben so ein bisschen ausprobieren können. Gehe ich mal an dieses... Ja... Dieses Pink. Auch wenn ich jetzt hier auch nur Braun auftragen würde. Am liebsten da war. Ich muss ihn hier ein bisschen austesten. Das ist die Farbe. Ja, man. Ein Swipe. Zweite Schicht. Krasser. Gehe in dieses helle Rosa rein. Benetze diesen Pinsel und sprühe das gerade mal an. Und das gebe ich jetzt hier an meinen unteren Wimpernkranz. Die den Effekt sehen. Ganz leicht rosa. Jetzt wird sie so perlig. Toll. Weil es so schön ist. Ähm... Achso. Ich habe mir nämlich auch mal hier so ein Blending Brush gekauft. Das hat mich auch interessiert. So ein ganz normaler Blending Brush. Weil diese schöne rosa Farbe so soft ist, gebe ich die mir als Highlight auf. Den Effekt sehen. Die geben mir die Farbe echt bis hierhin rein. Hoch zu den Augenbrauen. noch einmal so reinblenden. Was mache ich mit dem Gold? Ich glaube, das benutze ich jetzt nicht. Ich lasse das so. Because I'm so happy. Ich habe keinen Kajal bestellt, weil Kajal ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Aber ich gebe mir trotzdem ein, hier auf meine obere Wasserlinie. So. Eine Mascara habe ich auch nicht bestellt. Einfach aus dem Grund, weil die keine Waterproof Mascara haben. Sprich, die hätte meinen Schwung nicht gehalten. Meine Wimpern wären wieder nach unten gegangen. Und dann benutze ich die Mascaras danach auch nie wieder. Und dafür ist es mir einfach zu teuer, um dann zu sagen, hat meine Wimpern hier oben gehalten. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich dann immer, ja, Geld ausgeben. Ich tusche sie mir einmal. Klebe mir kurz eine kleine Wimpern auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Lashes sind drauf. Was jetzt noch fehlt, sind die Lippen. Da habe ich mir zwei Sachen mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war, was ich mehr mag. Und zwar einmal Suku Moisture Rich Vibes. Lipstick in der Farbe 04. Und da schaut das Packaging so aus. Und das ist der Lippenstift. Ah, okay. Das ist wie so ein Lip Balm. Also ganz soft auf den Lippen. Würde jetzt auch so zu dem Look passen. Und da sind auch so goldene Reflexe drin, was ich sehr schön finde. Aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Und da habe ich mir mitgenommen den Suku Flawless Lip Gloss in der Farbe 06. Uh, auch schön. Auch das hat ganz viele Glitterpartikel drin. Ich liebe ja so eine Glosse. Und der Lippenstift hatte übrigens auch keinen Geruch. Und ich feiere das so. Ich habe nicht ein Produkt in meinem Gesicht, was so ständig so leicht unterschwellig aufsteigt. Mega. Ja, das riecht echt nach gar nichts. Super cool. Feier echt total. Oh, der Gloss fühlt sich unfassbar leicht auf den Lippen an. Und der Applikator ist auch so soft. Das Gefühl, als würde ich einfach nur so mit irgendwas auf meinen Lippen spielen. Also auf den Lippen ist der Gloss sehr, sehr soft. Also man könnte jetzt auch ein Lipbaum sein. Das ist sehr dezent. Wer jetzt ein bisschen mehr mag, ich weiß nicht. Also könnt ihr hier schon sehen. Das ist ein Hauch von Farbe mit Glitter. Was ich mir vorstellen kann, ist so ein schöner Liquid Lipstick in der Farbe. Und dann das als Topper noch oben drauf. Aber so für die Sommertage einfach raus. I love that. Einen Highlighter gab es nicht. Ich glaube, Bronzer und Highlighter ist vielleicht nicht so angesagt. Oder es war ausverkauft. I don't know. Auf jeden Fall bin ich ultra begeistert von den Produkten. Wirklich seit langem, also wirklich für mich die besten Produkte, die ich in meiner ganzen YouTube-Karriere benutzt habe. Und das soll schon was heißen. Ich habe viele Produkte, die ich total liebe, immer wieder nachkaufe oder neu entdecke, die es in meine Sammlung schaffen. Ich überlege immer schon ganz gründlich, was mag ich, was will ich. Aber hier, das spricht mich wirklich zu 100% an. Meine Haut fühlt sich so leicht an. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe nicht einmal das Gefühl, oh, ich trage irgendwas. Das Einzige, was ich spüre, sind die Lashes und die sind von Huda Beauty. Ich bin einfach mega begeistert, super happy und kann es kaum abwarten, das jetzt immer und immer und immer wieder zu benutzen. Ich werde schauen, ob ich wirklich irgendwie mal jetzt nach London komme oder ob ich online nochmal ein paar Sachen bestelle. Ich würde gerne noch die anderen Lidschattenpaletten ausprobieren, weil die Farben sind der Hammer. Also es ist jetzt natürlich nicht so, ich sage jetzt mal Instagram Make-up, ja. Aber es ist trotzdem intensiver als so andere Lidschattenquads, so wo vier Lidschatten drin sind, muss ich sagen, hat das locker mal alle weggeballert. So, ne? Ganz große Klasse. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu den Produkten haben solltet, stellt die super gerne in die Kommentare. Kantet ihr diese Marke oder ist das für euch jetzt auch ganz neu? Für mich war das absolut neu, das allererste Mal, dass ich das je in der Hand gehalten habe. Und wenn ihr noch andere japanische Marken kennt, wo ihr sagt, ey Hatti, das musst du ausprobieren, das ist der Shit, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Modern gerne abonnieren. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.